Ein Chinook jagt ein Motorboot. Und nein, es ist nicht Grand Theft Auto, es ist Realität. Unfassbar, die wahnsinnige Szene passiert tatsächlich in Holland. Der 23-jährige River van der Linden ist mit Kumpels auf einer Bootstour, als sich von vorn der riesige Militärhubschrauber nähert. Und plötzlich die Verfolgung aufnimmt. Die User sind hellauf begeistert. Übrigens, bei den königlichen Luftstreitkräften gibt es keinen Hinweis auf diese Übung. Allerdings postet der Staatssekretär für Verteidigung am gleichen Tag ein Chinook-Foto mit dem Satz. Verteidigung braucht Platz zum Üben. Keine Ahnung, ob das so gemeint war, aber spielt auch keine Rolle. Laut River habe der Pilot ihm ein Zeichen gegeben, einfach geradeaus weiter zu rasen. Und wer sagt bei einem solchen Wertrennen schon nein.